Predea präsentiert das Deko-Highlight des Jahres. Der schlafende Airblown-Weihnachtsmann mit animierter Atembewegung und SFX-Atemgeräusch. Der schlafende Airblown-Weihnachtsmann ist ein garantierter Hingucker für Jung und Alt. Mit speziellen Effektventilatoren wird der 1,5 Meter langen Weihnachtsfigur durch die Animation des Brustkorbes Leben eingehaucht. Zusätzlich werden für die perfekte Illusion über versteckte Lautsprecher Atemgeräusche erzeugt. Dank des wasserabweisenden Nylongewebes können sie die Figur sowohl drinnen als auch draußen aufstecken. Damit der schlafende Weihnachtsmann von ihren Nachbarn und Besuchern auch im Dunkeln bestaunt werden kann, sind im Inneren der Figur helle und stromsparende LED-Lichter verbaut worden.